Prapada Malasana ist die Gierlandenstellung auf den Zehenspitzen. Ausgangsposition ist die hockende Zehenspitzenstellung. Von hier gibt die Knie nach außen, sodass du den Oberkörper zwischen die Knie bringen kannst. Dann kannst du als erstes die Handrücken auf den Boden geben und die Oberarme nach hinten. Das ist die einfachste Variation. Du kannst aber sogar noch den Kopf auf den Boden geben und ganz entspannen. Zweite Möglichkeit ist, du hebst den Kopf hoch. Das ist schon etwas fortgeschrittener. Und dann kannst du die Unterarme an den Oberschenkeln entlang nach oben geben und die Handrücken auf den Rücken. Fortgeschrittene können auch noch probieren, die Finger zu verhaken. Ansonsten genieße einfach diese Stellung, die eine gute Flexibilitätsübung für die Hüften ist, auch eine gute Übung für das Gleichgewicht und eine gute Massage für die tiefen Bauchorgane. Danke an Raffaela, die das vormacht, und an Eduard, der die Kamera bedient. Mein Name ist Sukadev. Wir sind alle von www.yoga-vidya.de Vielen Dank. Danke. Danke.